Wie ihr die erste Installation bei euren Emporia E5 Mini durchführt, das ist das heutige Thema. Wir zeigen euch, wie das funktioniert. Ihr habt euch das neue Emporia E5 Mini gekauft und habt jetzt keine Ahnung, was ihr da tun müsst, wie die erste Installation funktioniert. Nicht verzagen, Technik-Power fragen. Wir zeigen euch, was ihr beachten müsst und gehen mit euch Schritt für Schritt alles durch. Doch, als erstes nehmen wir mal das Smartphone aus der Verpackung. Schauen wir uns mal an, was hier überhaupt alles dabei ist. Es ist eine Bedienungsanleitung dabei, also ein Handbuch ist dabei und das in drei verschiedenen Sprachen. Deutsch, Französisch und Italienisch ist auch dabei. Unser Smartphone selbst natürlich, das darf nicht fehlen. Wir werden euch jetzt nicht dieses Produkt präsentieren, sondern wir machen hier nur die Installation. So, also das Smartphone ist dabei. Hier haben wir dann ein zweites Cover. Jetzt werden sich viele fragen, wofür brauche ich denn ein Cover? Ein zweites, ganz einfach. Ihr habt hier eine Notruftaste verbaut. Und jetzt kann es passieren, dass jedes Mal, wenn ihr telefoniert, hier ankommt es an dieser Notruftaste. Und dafür dient dieses zweite Cover. Das ist hier nämlich abgedeckt, wie man hier erkennen kann. Das heißt, das wird dann hier drauf geschoben und dann habt ihr die Notruftaste abgedeckt. Dann kann euch das nicht mehr passieren, dass ihr hier jedes Mal irrtümlich den Notruf absetzt mit dem zweiten Cover. Also, zweites Cover ist dabei. Natürlich darf hier der Akku nicht fehlen. Das Ladekabel. Es ist ein USB-C Kabel übrigens. Dieses ist lang genug. Es ist circa 1,80 Meter lang. Also, USB-C Kabel ist dabei. Und das war es auch schon. Ein USB-Stecker ist bei, wie bei vielen anderen Herstellern, nicht dabei. Also, USB-Stecker müsst ihr euch separat kaufen. Ein riesengroßer Vorteil bei diesem Smartphone ist, dass man hier den Akku noch austauschen kann. Was ja bei vielen anderen Herstellern nicht mehr möglich ist. Das heißt, wenn einmal der Akku defekt ist, dann müsst ihr zum Servicepartner und müsst euch hier den Akku einbauen lassen. Hier kann man den Akku noch bequem separat einsetzen. Also, der Akku kann man jederzeit einsetzen. Es ist übrigens ein 2500 mAh Akku, der euch locker einen Tag hier durchhält. Und um den Akku und die SIM-Karte einzusetzen, gibt es hier im Rahmen eine Kerbe. Also, hier zum Beispiel seht ihr das nicht. Aber hier gibt es eben die Kerbe und da kann man dann den Deckel hochheben. Keine Angst, der Deckel geht nicht so schnell kaputt. Falls viele glauben, dass sie den Deckel dann abbrechen. Keine Angst, der Deckel geht nicht so schnell kaputt, wie ihr denkt. Und so sieht das Ganze aus. Hier kommt der Akku rein. Hier kommt natürlich die Speicherkarte rein. Und hier beschrieben SIM-Karte. Hier kommt die SIM-Karte, wie gesagt. Speicherkarte, Akku. Und das machen wir jetzt. Also, Akku mal einsetzen. Der hat hier Pins. Und das können Sie auch gar nicht falsch machen, weil die Pins hier sind. Also, so den Akku einsetzen. Akku sitzt fest. Und als nächstes die SIM-Karte einschieben. So, SIM-Karte ist drinnen. Deckel drauf. Auf allen Seiten drücken, damit das auch wirklich zu ist. So. Die Schutzfolie können wir dann auch schon runtergeben. Und wir können unser Smartphone hier einschalten. Das Smartphone wird übrigens hier eingeschalten auf die rote Taste. Die anderen Tasten sind die Lautstärke-Tasten. Also, hier ein bisschen länger gedrückt halten, bis das Logo kommt. Und es dauert ein paar Sekunden, bis unser Smartphone hochgefahren ist. So, Smartphone ist schon hochgefahren. Wir bekommen hier das Logo. Und als erstes die Sprache auswählen. Also, hier wähle ich mal Deutsch aus. Und hier noch einmal die Sprache auswählen. So, dann wählt euch das Land aus. Und auf Starten. Nun müsst ihr euch mit euren WLAN verbinden. Das heißt, hier wird unser WLAN-Netzwerk verbunden oder gesucht. Und ihr wählt euch das aus. Übrigens, unser Smartphone unterstützt auch 5 GHz, wie man hier sehen kann. Was ist 5 GHz? 5 GHz WLAN ist störungsfrei, ist auch schneller. Dafür habt ihr nicht so eine große Reichweite. Also, 2,4 und 5 GHz. Wie erkennt ihr das? Wenn hier zweimal auftaucht euer Netzwerk, dann wisst ihr, das obere ist das normale, das zweier ist das 5 GHz. Also, ich werde das normale auswählen. Und nun müsst ihr euer Passwort hier eingeben. Passwort ist eingegeben. Übrigens, falls ihr eine Zahl haben wollt, um das einzugeben, müsst ihr eigentlich nur länger drauf bleiben. Und dann erscheint die Zahl, die darüber ist. Also, beim T zum Beispiel, wenn ich hier lang drauf bleiben würde, dann seht ihr, dann erscheint hier eben die Zahl. So, das lösche ich wieder. Habt ihr das Passwort eingegeben, dann müsst ihr nur noch auf Fertig klicken, hier auf das Grüne. Und jetzt werdet ihr mit euren WLAN verbunden. Und wir sind schon verbunden. Und wir können gleich weitermachen. Natürlich habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auch offline einzurichten, sprich ohne Netzwerk. Falls ihr Apps herunterladen wollt, also Anwendungen, müsst ihr euch natürlich mit euren Google-Konto verbunden oder verbinden. Also, nach unten scrollen und dann auf Akzeptieren klicken. Als nächstes müssen wir hier einen Pin festlegen. Den müssen wir dann wiederholen. Und bestätigen. Und unser Smartphone wird hier vorbereitet. So, die erste Einrichtung haben wir gemacht. Das heißt, wir haben hier alles erledigt und können jetzt schon mit den Telefonieren loslegen. Das ist der erste Teil oder der erste Schritt unseres Tutorials hier für Emporia. Wir werden euch in den nächsten Tagen mit jeder Menge Tutorials hier versorgen. Das heißt, hier können wir theoretisch schon telefonieren. Hier haben wir unser Wählfeld oder Tastenfeld. Und diese Tasten hier, da gibt es ja hier Tasten, wie man hier sehen kann. Das ist die Zurück-Taste oder Return-Taste. Da kommt man immer auf die Startseite. Das heißt, egal welche Anwendung ich geöffnet habe, wenn ich hier drauf drücke, komme ich immer auf die Startseite. Und hier sehe ich, was offen ist, wie viele Fenster und die kann ich schließen, indem ich hier einfach nur nach oben ziehe. Also, wenn ihr Fragen dazu habt, verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr mal auf dem neuesten Stand. Wir sagen danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.